Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Opening. Wir sind wieder in Pokémon Live unterwegs und wir haben unsere ETB mit eingescannt. Cool. Sehr cool. Ich liebe diese Promo. Und noch mal die Acht Booster. Gönnung. Vucano. Zedenne. Lococo. Pokémon Fanger Reverse. Neemilia Reverse. Und noch ein Gladi Imperio. Sehr schön. Flatutu. Chillingel. Vitalitätsband. Drift Zeppeli. Cosima. Ja. Oh. Cool. Und Riesenzahn EX. Krasses Vieh. Wird schon besser als die eigentliche ETB. Nehmer die Rüpel. Schlick da. Chillingel Reverse. Und Eisenrad EX. Gibt es auch noch dazu. Beide. Rein damit. Ein Knattox. Das Pokécom. Rona. Die Kehlfalle. Arena Leiterin. Stara Lily Reverse. Riolu Reverse. Und Pepper mit dem Pfeffer. Und Pepper mit dem Pfeffer. Der alte Gewürzknabe. Gönnung. Mammolida. Noctusca. Mimi. Mesalona City Reverse. Mexico Reverse. Und ein Kimanzo. Labebebe. Blatutu. Humanoli. Das brauche ich übrigens immer noch im Spiel. Ein paar Cherisu. Ein Hundemon und Skłokrok. Nochmal als Holo. Sehr schön. Mag das Pokémon. Cesurio, Tuscar, Ravigator, nochmal Cesurio und Bumba Professorin. Können wir tauschen? Ach, wenn man ein Sammlungslimit hat, kann man getauscht gegen 100 Credits. Okay, sammeln sich nicht so viele Doppelte. Steinbrustpanzer, der Judge, Gruff, Sweeps und bei London nochmal Solo. Sehr schön. Das war doch wieder ein sehr produktiver Tag. 50 neue Karten, weniger Booster halt. Gute IX Karten und wir haben sogar herausgefunden, dass die vierfachen jetzt getauscht werden. Sehr schön, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, reingerockt.